Eine Schiffsschleuse, für kleine Schiffe, Bootschleuse, kurz auch Schleuse genannt, ist ein Ingenieurbauwerk, das Wasserfahrzeugen ermöglicht, Niveauunterschiede zwischen zwei Abschnitten einer Wasserstraße zu überwinden. Ihr Kennzeichen ist eine zwischen den beiden Abschnitten angebrachte Kammer, die mit je einem Schleusentor sowohl nach oben als auch nach unten wasserdicht verschließbar ist. Während der Schleusung eines Wasserfahrzeugs sind beide Tore geschlossen und die Kammer wird für dessen Heben bzw. Senken auf das obere Niveau gefüllt bzw. auf das untere Niveau geleert. Die Tore werden wechselweise geschlossen und geöffnet. Bergfahrt einfahren, unten schließen, füllen, oben öffnen, ausfahren. Talfahrt einfahren, oben schließen, leeren, unten öffnen, ausfahren. Schleusentypen sind parallel liegend. Schleusengruppe, Doppel- oder Zwillingsschleuse. Nacheinander liegend, voneinander abhängig, Koppelschleuse, Schleusentreppe, Wasserverbrauch, Sparschleuse, wegen Bauart oft Schachtschleuse genannt. Gemäß Lage und Wasserstraße wird unterschieden in Binnenschleuse, Seeschleuse, Hafenschleuse, Plusschleuse, Kanalschleuse. Eine Seeschleuse verbindet eine Binnenwasserstraße, an der meistens auch ein Binnenhafen liegt, mit dem Meer. Bei mehreren Mitgezeiten wechseln ihre Seiten, zwischen Unter- und Oberwasser hin und her. Als Hafenschleuse wird meistens eine Kanal- oder Flussschleuse bezeichnet, die zu einem Hafen führt. Manchmal liegt sie nur in der Nachbarschaft eines Hafens. Schleusen, Rohlberge und Schiffshäbelwerke werden unter dem Sammelbegriff Abstiegsbauwerke zusammengefasst. Bauweisen und Funktionsprinzip Eine Schleuse besteht aus einer Schleusenkammer, bei einer Doppelschleuse aus zwei konstruktiv in einem Bauwerk miteinander verbundenen Schleusenkammern. Und für jede Kammer aus zwei oder mehr Schleusenhäuptern mit Schleusentoren, von denen im Allgemeinen nie mehr als eines gleichzeitig geöffnet ist. Schleusen mit mehr als zwei Toren gibt es beispielsweise an Kreuzungen von Kanalsystemen, so wie die Kesselschleuse in Emden und die Rundschleuse von AGDE, oder zur Unterteilung einer langen Schleusenkammer mit einem Mitteltor wie am Main. Bei geschlossenen Schleusentoren lassen sich der Wasserspiegel in der Schleusenkammer und mit ihm die in der Schleusenkammer schwimmenden Schiffe, durch Wasserzulauf aus dem Oberwasser auf das Niveau des Oberwassers heben oder durch Ablauf auf das des Unterwassers senken. Erste der jeweilige Wasserspiegel erreicht, wird das abgrenzende Schleusentor geöffnet und die Schiffe können aus der Schleusenkammer in den angrenzenden Gewässerabschnitt ausfahren oder aus diesem in die Schleuse einfahren. Für Zu- und Ablauf sind bei Fließgewässern keine Pumpen nötig. Das Wasser fließt aus dem Oberwasser in die Schleusenkammer ein und beim Senken aus der Schleusenkammer in das Unterwasser ab. Bei Schifffahrtskanälen geht bei Schleusungen Wasser aus der oberen Haltung in die untere verloren. Zum Ausgleich wird Wasser zurückgepumpt oder es wird bei Sparschleusen ein Teil des Schleusungswassers beim Entleeren der Schleusenkammer in seitliche Sparbecken geleitet und für die nächste Füllung wiederverwendet. Beispiele hierfür sind die Doppelsparschleuse Anderten des Mittellandkanals und die Sparschleuse Henrichenburg des Dortmund-Emskanals. Eine Variante ist die Zwillingsschleuse, bei der ein Teil des Schleusungswassers der einen Schleusenkammer zum Füllen der anderen Schleusenkammer einer Doppelschleuse verwendet wird. Beispiel Schleuse Herne Ost des Rhein-Herne-Kanals. Zum Füllen und Leeren der Kammer dienen Schieber wie Plattenschütze oder Segment-Schütze. Diese befinden sich bei älteren Schleusen direkt in den Schleusentoren oder in den Turumläufen. Bei Schiffsschleusen im 21. Jahrhundert sind die Schieber in Längskarnälen eingebaut. Um Turbulenzen beim Füllen der Schleusenkammer zu minimieren, wird das Wasser durch Längskanäle in den Kammerwänden oder in der Kammersohle, die über die ganze Länge der Kammer verteilt sind, zugeführt. Die Schieber wurden früher per Hand mit Windeln bewegt. Inzwischen werden die Schieber hydraulisch oder mit Elektrohubzylindern bewegt. Schleusen werden im Allgemeinen für Feilhöhen bis etwa 25 Meter eingesetzt. Für größere Höhen sind meist Schiffshebewerke erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen werden möglichst wenige Fallstufen vorgesehen, die dafür eine größere Fallhöhe besitzen. Schiffsschleusen mit großer Fallhöhe, deren Schleusenkammer über der Durchfahrtsöffnung zum Unterwasser hin mit einer Quermauer abgeschlossen sind, werden als Schachtschleusen bezeichnet. Beispiel, Doppelschachtschleuse anderten des Mittellandkanals. Schleusen, die große Fallhöhen überwinden müssen, können auch als Schleusentreppe mit mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Schiffsschleusen samt ihren Schleusen vor Häfen realisiert werden. Beispiele hierfür sind die Schleusentreppe von von Saanes in Frankreich, die Schleusentreppe Niederfino der Havel- oder Wasserstraße in Deutschland, die Schleusentreppe am Dreischluchten-Damm in China oder die Weitegra-Schleusentreppe im Wolga-Ostsee-Kanal in Russland. Mehrere unmittelbar hintereinander liegende Schleusenkammern, bei denen das Untertor der einen zugleich Obertor der nächsttieferen Schleusenkammer ist, werden Koppelschleuse genannt. Schleusen in Fließgewässern stauen bei geschlossenen Schleusentoren das Wasser und brauchen deshalb ein paralleles Wehr, über das das gestaute Wasser abfließen kann, soweit es nicht zur Schleusung gebraucht wird. Bei Seeschleusen an der Einfahrt von Hafenbecken oder von Seekanälen mit Anschluss an Tidegewässer ist die Seetide abhängig mal Oberwasser und mal Unterwasser, während der Wasserspiegel des Hafenbeckens oder Kanals konstant gehalten wird. Solche Speer- oder Schutzschleusen werden auch im Binnenbereich an Einmündungen von Schifffahrtskanälen in Flüsse mit zu erwartendem Hochwasser. Verwendet Beispiel Speerschleuse Hanekenfair des Dortmund-Ems-Kanals. Bei dieser Konstruktion erübrigt sich ein Wehr. Eine Dockschleuse besteht nur aus einem Schleusenhaupt. Dieser Schleusentyp wurde vielfach im 19. Jahrhundert gebaut. Da er keine Schleusenkammer benötigt, wird Platz und Geld gespart. Die Schleusung erfolgt nur bei gleichem Wasserstand vor und hinter dem Schleusenhaupt. Das Zeitfenster beträgt hierfür etwa eine Stunde. Ein gravierender Nachteil dieses Schleusentyps. Auch bei Kammerschleusen kann eine Dockschleusung durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, wenn die Länge des Schiffskörpers die der Schleusenkammer übersteigt. Punkt, 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 Geschichte. Das Wort Schleuse leitet sich vom mittellateinischen Sclusa ab, das seinen Ursprung im lateinischen Excludere hat. Der griechische Historiker Diodor berichtet, bei der Wiederherstellung des Bubastis-Kanals zwischen Nil und Rotem Meer um 280 v. Chr. habe der griechische König Poetolemius II. Philadelphans an dessen Ostende eine Doppelschleuse einbauen lassen. Dieser Kanal verfiel im 1. Jahrhundert v. Chr., wurde aber unter dem römischen Kaiser Trajan im 2. Jahrhundert n. Chr. wiederhergestellt. Mit Einschränkungen war der Kanal bis ins späte 8. Jahrhundert n. Chr. in Benutzung. In China wurde die Kanalschleuse für Schiffe im Jahre 984 durch Kia Oweyu, stellvertretenden Kommissar für Transport in Hunen, erfunden. Bis dahin wurden in den dortigen Kanälen Höhengefälle durch Rutschbahnen oder Rampen überwunden, was die Schiffe wiederholt beschädigte und zum Diebstahl der Ladung führte. Bei Trockenheit war der Betrieb der Rutschbahnen zudem sehr eingeschränkt. Kia Oweyu ließ nun zwei hängende Tore im Abstand von 50 Schritten errichten, den Zwischenraum überdachen, das Ufer befestigen und baute so eine Schleuse. Fortan waren Höhenunterschiede von 1,2 bis 1,5 m pro Schleuse kein Problem mehr. Im Jahr 1325 wurde in Deutschland die erste Schiffsschleuse als Kammerschleuse gebaut. Technische Vorläufer waren Stauschleusen und Wehre mit Bootsrutschen. Stauschleusen waren Wehre, die nach dem Aufstauen geöffnet wurden, die Kehne schwammen dann auf der Flutwelle talwärts. Bei Wehren mit Bootsrutschen wurde der Kahn auf einer Rampe hinauf bzw. heruntergelassen. Solche Bootsrutschen waren auf kleinen kommerziell genutzten Wasserläufen bis ins 19. Jahrhundert im Gebrauch. Am Hochrhein zwischen Eglisau und Rheinfelden sind mehrere Bootsrutschen und Transportkarren für Motorboote bis zu 20 m oder 30 m Länge erhalten. An Schleusen anderer Gewässer werden für die Passage von Schiffen oder kleinen Sportbooten Fischtreppen oder Bootsgassen als Schussrinne für Sportboote errichtet. Rekorde Die größte Schleuse in Deutschland und zweitgrößte Schleuse der Welt ist die zum Vorhafen der Marine gehörende Seeschleuse der IV. Einfahrt in Wilhelmshaven Sie hat zwei Schleusenkammern mit einer Länge von 390 m, einer Breite von 60 m und einer Drempeltiefe von 14,75 m unter mittlerem Hafenwasserstand. Ein Schleusenturm mit einer Durchfahrtsbreite von 60 m wiegt ungefähr 1700 t zum Vergleich mit einer Binnenschleuse. Die Mainz-Schleuse in Ottendorf hat eine Länge von 301 m bei 12 m Breite. Die drei Sparschleusen Hillpolstein, Eckersmühlen und Lehrstätten des Main-Donau-Kanals haben mit 24,67 m Fallhöhe die größten Fallhöhen aller in Deutschland errichteten Schleusen. Die größte Schleuse der Welt ist die 1989 am rechten Ufer der Schelde eröffnete Behrendrecht-Schleuse zum Hafen von Antwerpen in Belgien. Sie ist 500 m lang, 68 m breit und 17,7 m tief. Mit einer Schleusung können darin bis zu vier Seeschiffe mit einem Tiefgang von maximal 11,85 m und mehrere Binnenschiffe geschleust werden. Der mittlere Tidenhub vor der Schleuse beträgt 4,94 m. Am linken Ufer der Schelde entsteht zu einem neuen Bereich des Hafens von Antwerpen die Deuergang-Dock-Schleuse gleicher Breite und Länge doch mit 4 m größerer Tiefe. Um ab März 2016 Post-Penemex-Schiffe mit bis zu 12.000 TEU-Containern aufnehmen zu können. Der Panama-Kanal wird seit 2007 ausgebaut. Ab 2014 werden neue Schleusen mit 427 m Länge und 55 m Breite gebaut. Heraldic, eine außergewöhnliche gemeine Figur, stellt die Schleuse im Wappen von Klein Machno dar. Heraldic, eine außergewöhnliche gemeine Figur, stellt die Schleuse im Wappen von Klein Machno dar.